Wie stimme ich schnell bei Yahoo Clever ab? Ich habe Firefox geöffnet und ich habe mir vorher das Addon Coopreviews installiert. Und ich habe jetzt schon mal die Fragen, die in der Abstimmung sind, aufgerufen. Es werden jetzt 20 Fragen angezeigt. Wenn ich jetzt mit dem Mauszeiger auf den Link gehe, erscheint hinter dem Link eine Lupe. Wenn ich mit dem Mauszeiger auf die Lupe gehe, erscheint das Fenster von den Coopreviews und dort ist dann die Frage, die zur Abstimmung steht, angezeigt. Ich kann dann jetzt in diesem Fenster direkt abstimmen, gehe dann wieder mit dem Mauszeiger auf die nächste Frage und es erscheint die nächste Frage, die in der Abstimmung ist und ich kann diese Frage abstimmen. Ich brauche jetzt nicht mehr bei der Original-Browser-Seite vor- und zurückklicken oder weiterklicken, um zur nächsten Frage zu kommen, Sondern es ist die Original-Abstimmungsseite und durch den Aufruf des Links kann ich jede weitere Abstimmung tätigen. So einfach ist das mit Coopreviews. rogue. anggetan ung. Vielen Dank.